Hallo und herzlich willkommen zurück bei Left 4 Dead 2 beim kalten Strom. Denn die Felder haben Augen, die Bäume haben Ohren und wir haben Waffen. Hoffentlich auch Gote. Ja, das hoffe ich auch. Diese komische Dreischusswaffe, die war zwar ziemlich genau, aber ich werde mit solchen... Mit solchen... Wie heißen die Dinger? Ich weiß gerade echt nicht, was du meinst. Feuerstoßwaffen. Ich werde mit solchen Feuerstoßwaffen einfach nicht warm. Das sieht aus wie eine Benchmark-Probe. Warum fahren wir denn hier so... Wui, Achterbahn ist ein Scheißdreck dagegen. Wui. So. Welches Feuer? Hier ist der Heli gelandet, mit dem wir abgeholt wurden. Oh. Ah, du hast eine Katana. Toll. Ich habe nur einen Tonnenfall. Ja, hier ist der Heli. Der ist abgestürzt und damit haben wir den Wald angezündet. Hallo, gelobt. Tja, passiert. Dann müssen wir jetzt mal... First Blood. Oh. Hier liegt jemand. Äh, dann müssen wir jetzt mal ein bisschen was umbringen. Ja, würde ich auch so sehen. Wir müssen ja immerhin die Leben hier retten, vor dem Feuer, ne? Äh, ja, natürlich. Äh, genau das ist es. Eben, was anderes habe ich persönlich auch gar nicht vor. Ich will hier eigentlich immer nur die Leben vor den... vor, äh... Feuern retten. Die meistens Liddy mit ihren Mollys anzündet. Bitte? Und deswegen muss ich hier alles erschießen, damit es nicht verbrennt. Vielleicht spielen wir hier, äh, Firewatch, ne? Ja. Ach, hier oben bist du. Oh Gott. Ich bin ihn genau in den Arm gefühlt. Oh, ne, Kattenboomer. Komm, ich nehme die Schaufel. Nicht die Jerrycan. Die Schaufel. Doch, mitnehmen. Aber ne Boomer-Kotze. Warum nicht? Volker, wo müssen wir lang? Äh, hier wieder runter und eigentlich nur geradeaus, glaube ich. Äh. Also sie sagte mir gerade, das Tor auf Stairs. Keine Ahnung. Ah, hier ist ne Brücke. Okay. Dann komme ich wohl mal mit. Lade. Ich glaube, die Map habe ich auch nur ein einziges Mal gespielt. Glaube ich auch. Mann, ich wollte dir so verwirren. Das hier ist ein Häuschen. Oh, ein Häusli. Bist du ein hübsches Häusli? Los. Geh in das kleine Häusli. Adrenalinschub. Oh, hier gibt's Waffen. Hier gibt's ein Zombie. Ein schlechtes Sniper, aber Muni gibt's hier, falls du welche brauchst. Ja, total. Okay, wo müssen wir lang? Ich meine, wir müssen, wir müssen nach unten und in so'n, in den Tunnel rein. Aber wo nach unten? Hier so. Ah, hier hinterm Haus kommen wir irgendwie weiter. Hinterm Haus? Ja, das sind zumindest Zombie-Orden. Frage ist, wie wir da hinkommen. Ja, aber wir müssen oben durchs Fenster springen oder so. Ja. Okay. So viel zu, wir müssen durch den Tunnel. Wo ist der Hunter? Da ist der Hunter. Da hat er gewonnen. Hallo. Warum sprängst du die ganze Zeit über meinen Kopf? Weil Alice den Hunter getötet hat. Ja, Alice kommt ja auch. Charger! Alice hat den Charger getötet. Und den Splitter auch noch. Alice ist ja wirklich ein Tausendsasser. Toll, dass wir Alice haben. Aua, ich werd verprügelt. Du hast die Meute aufgewiegelt. Ja, und nebenbei werd ich verprügelt. Ich muss noch öffnen hier. Jetzt geht das wieder zu. Hier ist ein Schutzraum. Ja, ein Schutzraum. Da ist ein Schutzraum, Schatz. Hier ist ein Schutzraum. Komm, wir sind in den Schutzraum. Schutzraum. Ich bin im Schutzraum. 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 Keine Zeit für den Scheiß. Rein da. Alice und Nick haben beide mehr Infektierte gekillt als wir. Was ist denn los mit uns? Wir mussten ja auch den Weg suchen. Das mussten die nicht. Die mussten einfach nur folgen. Ja, gut, das ist wohl wahr. Die können halt keine Karten lesen, ne? Nee, die sind sowieso so ein bisschen inkompetent, was das angeht. Ja, Alice kennt ja auch keine Badewannen. Nee, Alice ist ja auch die ganze Zeit im Wunderland. Hieß es nicht, wir haben Waffen? Ach, hier hinten haben wir eine Waffe. Ja, ich will nochmal heilen. Ja, ich würde sagen, ich heile mich. Ich heile Nick auch mal, weil es ist so eine Verschwendung, die Sachen hier zu lassen. Das bringt zwar nicht so viel, aber... Nö, aber warum nicht mitnehmen? Zurück kommen wir hier nicht. Ja. So, das, genau das meine ich, dieser scheiß Wasserstrom, der hier so heftig... Und Sumpfärsche haben wir hier wieder. Oh, gosh. Die mag ich nicht. Denkst du, ich finde die super. Laden ab! Oh, da sind Waffen. Oh ja, na, klar. Laden ab! Läser, dann gehe ich einfach hier über die Steine und dann ist es gut. Na, hier ist der, ist es noch nicht so schlimm mit dem, mit dem Fluss. Da. Ah, du rennst mir weg, weißt du das? Ich? Ja. Entschuldigung. Ich werde mich zusammenreißen, Frau Schatz. Frau Schatz? Frau Schatz finde ich super. Ähm, ihr kotzt eine Binge. Ja, ja, nicht mehr. Ich glaub, wir müssen hier... Chanky Online. Von oben. Und die Smoker ist da auch noch. Okay, der Smoker ist down. Okay, die Frage ist... Von wo der Tank kommt? Ja, wir müssen hier hoch, ne? Ja, aber bleib unten. Lass uns warten, bis der Tank unten ist. Der kommt eh. Okay. Okay, und jetzt kommt er. Brennend. So, ja, los, ihr Zombie-Horden. Auf den... Auch der Tank ist schon down. Ja, wir können weiter. Wer ist denn da? Wer ist denn da, wie der Schütz hat? Ich wahrscheinlich. Weil... Weil einer von denen von Zombie-Horden umringt war und ich einfach reingehalten habe, weil ich dachte, ja, du erwischst die Zombies halt schon, ne? Ja. Aber das ergibt doch Sinn. Ja, aber ich glaube, ich habe jemanden erwischt. Das nicht. Ja, das denke ich mir auch, ne? So ein bisschen Schwund ist immer. So ein paar AK-Muni aus dem Arm zu holen, das sollte doch jetzt nicht so das Problem sein. Ja, finde ich auch. Oh, der Strom wird schon stärker. Rumpfarsch. Schnauze. Oh, ich glaube, wir müssen hier hoch. Ja, glaube ich auch. Oh, Chargé. Oh. Oh, naja. Wo ist er denn? Der ist irgendwo langes Haus. Ah, da hinten. Okay, ich habe ihn. Eigentlich habe ich ihn sogar angeschnitten. Oh, Kettensäge. Kettensäge hier. Ach, toll. Aus der Luft gefischt. Ich wollte ihn gerade zersägen. Wir müssen hier hoch. Ne, da hoch. Wir müssen hier nach hinten. Ne, wir müssen hier und dann drüber. Okay. Wo ist der Jockey eigentlich? Auf der anderen Seite. Okay. Nicht mehr auf der anderen Seite. Ah ja, ich sehe ihn. Nick hat ihn. Wir sind auf der anderen Seite. Gut, dass Nick ihn hat. Wer denn aufs Haus? Hier ist ein Pipe. Oh, Pipey. Müssen wir hier runter, bitte nicht. Äh, doch, müssen wir. Ja, leider. Hier ist Moni. Die brauche ich nicht unbedingt. Ich glaube, da kommst du so oder so auch nicht mehr hin. So, dann rennen die uns schon mal nicht mehr in den Rücken. Ich habe gerade eine kleine Zombie-Horde ausgemerzt. Ich hoffe, du hast damit kein Problem. Ne, ich habe es gesehen. So. Da oben hoch. Eis, Pitti. Oh, Boomy. Oh Gott. Da kommen wir auch mit. Komm mit zu orden. Ja, ich habe den Hunter zersägt. Hier haben Moni in dem LKW. Schieße auf die Fässer, okay. Schießen. Ach so, damit nicht. Was denn dann? Ach so, dann reicht doch. Oh, Laservisiere. Schatz, hier hinten Laservisiere. Hol sie dir schnell. Bevor es losgeht. Das geht doch schon die ganze Zeit los. Nein, erst jetzt. Oh, Boomy. Große Problem. Ja, genau. Jetzt habe ich keine Kettenzäge mehr. Und gerade eben war das noch witzig. Und jetzt ist es doof. Genau, hast du ihn? Jetzt hast du ihn. Ich habe ihn gerade im grünen Schleier nur so ganz leicht gesehen. Vorsicht vor starker Strömung. Vorsicht vor dummen Huntern. So, genau, Schatz. Wir müssen hier jetzt irgendwie nach rechts, da wo die Zombies rauskommen. Genau, wir dürfen nicht bis ganz nach unten, weil sonst sind wir tot. Hier, wo die Zombies rauskommen, müssen wir rein. Okay. Dann bin ich drin. Sehr gut. Super. Wir sind Tank. Ja, ich habe ihn auch gehört. Seine Musik. Schon wieder Boomerette. Oh, nein. Oh, nein. Ja, wo? Ich sehe nichts. Saß anscheinend auf mir. Okay, oder? Okay, ja. Und Smokkel. Oh, ein Ekel. Okay, Smokkel ist auch down. Ah, scheiße. Schon wieder ein Boomer. Hier muss der Deck gleich kommen. Das ist echt scheiße, dass ich nichts sehe. Und Splitter ist ja auch irgendwo. Ich hänge hier fest. Ähm. Oh, ich schiebe da. Ich weiß nicht mal, was passiert ist. Du standest im Splitter. Oh. Aber wir sind hier beim Safe Room. Oh, nein, ich bitte. Nein, ich bitte. Nein, ich bitte. Ah, scheiße. Und ich habe hier einen Smoker an mir. Ich habe ihn erschossen. Ja, ist er tot? Ja. Hast du dich gerade noch heilen wollen? Hier habe ich mich eben heilen wollen, weil... Da kommt doch lieber rein. Ja, aber ich wusste es ja eben nicht. Ja, stimmt auch wieder. Entschuldigung. Boah, 181. Die Kettensäge hat geregelt. Heftig. Du hast einfach 100 mehr als ich. Ja, dafür habe ich bei dem Tank kaum was gemacht. Ach ja. Aber das lief besser als gedacht. Ja, ich weiß noch, dass... Als ich das mal gespielt habe, dass ich mich immer von der Strömung habe mitreißen lassen. Und wenn du die bis zum Ende mitfährst, bist du dann einfach tot. Ja. Das kann sehr gut sein. Und das ist halt echt ungünstig, wenn sowas passiert. Kommt die noch öfter, die blöde Kackstörmer? Ich meine, das war die einzige. Gott sei Dank. Und wenn, werde ich mich daran erinnern, sobald wir drin sind. Ich kann mich halt gar nicht daran erinnern. Also, ich weiß, ich habe das schon mal gespielt, aber das ist auch alles. Oh, hier sind wieder Polizisten. Polizisten. Polifia. Kanalisatia. Ja, man muss ja jetzt hier hoch. Jupp. Und da warten gerne Tänke. Oh! Was ist das Mockel? Äh, das probiere ich gerade auszumachen, aber ich kann mir nicht finden. Ach, der Pipey. Kanalisatia. Oh, Mie. Nein! Ich habe ihn geboten. Ja, man sieht ihn aber nicht. Ah ja, Alice hat ihn gesehen. Gott sei Dank. Alter, ich bin nur mal kurz runter und... Oh Gott! Au! Danke. Kanalisatia. Denke ich mir auch. Welche Richtung müssen wir? Äh, hier ist Muni. Also in die andere. Falsche Richtung. War klar. Aber Muni haben wir. Da ist doch schon mal gut. Muss ich mal gerade hinabladen. Pülen? Noch so eine Kackbrücke mit... Oh ja. Löchern. Ich kann keine Brücken mehr sehen. Oh, hier komme ich nicht durch. Schieb den Mombi in den Rücken. Schieb den Mombi in den... Hier ist ein Smoker. Hallo. Gott sei Dank hat Nick den Smoker. Und Alice hat den Charger. Oh, das ist wirklich... Wer ist denn Hunter? Bitte? Hunter war hier auch dabei? Ja, ich habe ihn gehört. Ich glaube, der lebt da noch. Hallo. Nein, die mag ich nicht. Den habe ich. Wirklich? Wieso hast du den? Das weiß ich auch nicht. Schatzi. Du hast die Meute aufgeschreckt. Ich habe kaputt. Das ist so viel leicht. Ja, ich habe da nur gewartet. Ich wollte nicht in der... Ja, Schatz, ich bin deshalb fast runtergeflogen. Entschuldigung. Okay, hier rüber brauchen wir nicht. Und wir müssen auf die andere Seite. Oder? Nee, hä? Jetzt bin ich verwirrt. Nee, wir müssen da und dann, glaube ich, nach unten klettern. Oder wo kann das sein? Ja, hier kann man uns nicht eins fallen lassen. Stimmt. Nein, hier ist eine Leiter. Jupp. Okay. Nein, ich will nicht nach oben. Ich will nach unten. Hier ist Moni. Moni und Kuma-Botze. Kuma. Oh, hey. Ich bin Jockey. Ja, ja. Hallo, Bötchen. Oh, Charger. Ja, ich... Oh. Einmal steht Dicke hier vor einem. Mit seinen ungesund geschwollenen Arm. Oh, hier kriegt man, äh, und so. Laser-Visiere. Au. Wo müssen wir denn hin? Also gute Frage. Äh, wahrscheinlich dazu dem Haus. Ja, würde ich auch so sehen. Ich bin jetzt auch schon unten. Wir schwimmen so ein paar Leichen, würde ich mal sagen. So. Oh ja. Ähm, weiß nicht. Ja, das hat sich jetzt nicht so gelohnt. Aber ich nehme das Adrenalin mit. Oh, Füße gebrochen. Oh. Softdrinks gibt's hier. Oh, hier? Oh, geil. Softdrinks. Nice. Ja, gut. Das hat sich jetzt nicht so gelohnt, da reinzugehen. Nee. Und sich die Füße dafür zu brechen. Oh. Natürlich. Yes. Nice. Click, click, click. Was ist click, click, click? Ähm, mit der SMG. Wir haben was. Für, äh, ohne den Finger vom Abzug zu nehmen, äh, 25 Zombies killen. Und gerade kurz bevor die alle gegangen ist, weil die kannst du ja nicht nachladen, kurz bevor die alle gegangen ist, habe ich das Achievement bekommen. Perfekt. Problem ist, ich bin ganz schön gedamaged. Und bin ganz schön gedamaged. Ach was. Ja, deswegen bin ich ein bisschen langsam. Ich auch. Ich schleiche hier auch rum. Oh, ja, Alice will mich befummeln. Alice? Hast du deine dreckigen Finger? Ja, jetzt ist, jetzt ist vorbei, jetzt, jetzt hat er mich. Jetzt hat er mich, also. Jetzt hat er mich, jetzt kann ich mich nicht mehr wehren. So, ach, guck mal. Safe Room. Damit sind wir im Finale. Ciao, Alice. Warte mal, warte mal. Ich halte mich vorher mal. Okay. Gut. So. Haha, das geht richtig ab. Was ging denn da? Zwei mehr. Ich hasse Nick. Ich hasse Nick so sehr. Arschloch, Nick. Hallo, alles ist gut. Der mörderische Bach. Mhm. Johann Sebastian hat Leute getötet. Und wir müssen, wir müssen diese Leute rächen. Ist das so? Ja, ich kann mich erinnern. Es ist genau so gewesen. Das habe ich in Musiktheorie gelernt. Okay, dann würde ich sagen, gehe ich mal hier raus. Warte, noch nicht. Okay, die kommen aber rein. Ja, ist in Ordnung. Kannst du. So, ich hoffe, wir kriegen nochmal Laservisiere. Aber drei Laservisiere auf einer Map ist ein bisschen unrealistisch, oder? Ja, ist schon sehr unrealistisch. Ja, das befürchte ich nämlich auch. Rufen Sie den, Nelly. Schropp, schropp. Nelly, schropp da. Nelly, schropp da, wir können... Oh, hier habe ich eine Pipebomb. Verdammt, ja, Mann. Hier ist ein Molly. Das Schlimmste ist vorbei, Leute. Das nennen sie das Tor. Warten Sie, wir kommen. Warten Sie sich einen Weg zum Hubschrauber auf der anderen Seite. Dann warnen wir mal, ne? Wo ist die andere Seite? Ich esse nicht. Oh, der Hunter ist da. Toil. Sehr schön. Keine Ahnung, wo der Smoker ist. Ähm, ich gehe runter. Ja, ich bin auch schon runter. Besser, wenn wir zusammengehen. Jupp. Lade nach! Bist du da? Ich bin hinter dem. So. Lade nach! Lade nach! Da, jetzt, genau. Und Jockey. Jockey hat mich. Sehr schön. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich bin so ein... Spannendes Heddy. So. Okay. Lade nach! Yes! Da ist der Heddy. Hallo! Der ist hier verfolgt. Oh, meine Muni ist alle. Das ist sehr ungünstig. Das ist sehr ungünstig, weil ich einen Tank höre. Hallo, du bist so weit weg. Sorry. Ich dachte, ihr seid da. Da ist er. Und ich kann mich nicht wehren. Ich habe nur Nahkampf. Hunter! Es tut mir leid, dass ich nicht helfen kann. Alles gut. Okay, er ist down. Habt ihr gut gemacht. Ich bin sehr stolz auf euch. Hinter uns ist noch ein Smoky. Genau. Okay, weißt du, games. Oh, die Horde kommt. Die Horde? Ja, Horde 5. Okay. Muss ich gucken. Oh, hier kann man rein. Moni! Oh! Ich bin ja nicht. Ich bin ja nicht. Ich bin ja nicht. Ach, Scheiße. Boomsi. Ich bleib hier stehen. Smoky? Keine Ahnung, wo er ist. Ich habe keine Ahnung, wo irgendwas ist hier gerade. Alice hat auf jeden Fall den Hunter geschötet. Äh, kann sein. Ja, ich habe es gelesen. Das ist ein Smoker. Da ist er. Ach, hat sich gerecht. Er bin Jockel. Hab ihn. Nee, du hast ihn. Ich weiß egal, wer ihn hat. Hauptsache, wir haben ihn. Starter. Ja, den hat er mir gar nicht verklagt. Hilfe ist hier einsteigen. Hunter! Oh, hi! Oh, nein! So, muss ich mich kurz spritzen. Wir sind da unterwegs. Wo auch immer du bist. Da oben. Oh, no. Das ist der, hey! Komm einfach außen rum. Nein, Smoker hat mich. Mach kurz rechtsblick bei mir, wenn du da bist. Ich weiß, ich bin hier auf dem Knochen. Oh, okay. Oh, Gott. Scheiße, es brennt alles. Ich komme hier gerade nicht raus. Ich heil mich und dann gebe ich Feuerschutz. Hallo. Oh, nein, ich komme hier dritte nicht hoch. Der brennende Körper liegt da vorne. Wir müssen alles retten. Müssen wir? Ja. Warum das? Schau, schau. Hallo. Oh, jockey. Ist jetzt gut, können wir? Ja, jetzt müssen wir. Das Smoker ist hier unten. Komm hoch. Thomas. Ja. Wo müssen wir denn hinabsteigen? Ganz nach oben. Ganz nach oben und dann da an die Leiter. Sind wir drin? Wir ja. Nur Alice noch nicht. Alice. Tu mal so, jetzt könnte ich so was. Komm mal, Alice. Komm her, du. Gott sei Dank. Geht doch. Juhu. Ei, das war was. Das war was. Das war eine Katastrophe. Aber wir haben es geschafft. Und ich habe noch ein Achievement geschafft. Ja, muss ich auch sagen. Aber wir sehen es ja gleich. Spiele-Statistik. 24 Minuten ging das Ding nur. Hat Spaß gemacht. Ja. Und wenn man nicht die ganze Zeit stirbt, wenn man in dem zweiten Abschnitt da von dem Strom mitgerissen wird, dann ist das auch alles halb so schlimm, finde ich. Ja, stimmt. Wobei, das Ende, das ist halt schon krank. Das ganze Gerenne gerade. Also diese Rennsachen, die finde ich immer besonders heftig. Ja, weil dann immer diese Massen kommen. Ja, also das, wenn man die Kettenserie dabei hat, ist das alles wunderbar. Und ansonsten musst du halt wirklich einfach nur ballern oder schnetzeln. Oder hast du nicht gesehen. Ja. Leute, das war's. Das war's mit Left 4 Dead. Wir haben die Truppe von Left 4 Dead 1, minus Bill, und die Truppe von Left 4 Dead 2 damit zu ihrem Ende geführt. Aber man muss dazu sagen, man kann es nicht schaffen, ohne dass einer dafür drauf geht. Es geht nicht. Ja. Also diese eine Map, da muss sich irgendjemand opfern. Und man bekommt halt ein Spezial-Achievement, wenn es Bill macht, weil es so vom Spiel vorgesehen ist, weil Bill dann auch später rausgenommen wird, wie man ja hier in der zweiten Map von Left 4 Dead 2 gesehen hat. Also eigentlich so oder so, Bill geht drauf. Ja, genau. Und deswegen ergibt es auch Sinn, wenn man da einmal Bill spielt und Bill sich dann auch opfert, falls man das Achievement noch nicht haben sollte. Ansonsten ist es eigentlich komplett wurscht, wer das macht. Ja, was gibt es zu sagen? Hat sehr viel Spaß gemacht, das viele Zombie-Geschnetzel. Ja, Left 4 Dead hat mich ja schon jahrelang begleitet und ich spiele es auch immer wieder gern, muss ich sagen. Also das ist immer so ein Everytime-Favorite, würde ich sagen. Ja, muss ich auch zugeben. Also man braucht es zwar nicht immer so oft, aber es ist schön, es in der Hinterhand zu haben, wenn man mal wieder ein bisschen Frust auslassen muss. Ja, dafür ist das sehr gut. Und ich bin wirklich sehr froh, dass wir das gemacht haben. Weil ich hatte das Gefühl, dass man immer nur so, ja, mal die Map, mal die Map. Ich habe tausendmal das Infektionszentrum, also die erste Map von Left 4 Dead 1 und das erste Map von Left 4 Dead 2 gespielt. Aber die hinteren... Bei Indien nie so alles. Ja, genau. Und deswegen bin ich jetzt besonders stolz, dass ich jetzt mal sagen kann, okay, wir haben jetzt alle Kampagnen am Stück durchgehauen. Innerhalb von drei Wochen, glaube ich jetzt, ne? Oder sogar nur zwei Wochen. Ich glaube zwei Wochen. Wahrscheinlich nur. Aber scheiß drauf, wie lange das jetzt ist. Aber jedenfalls mal wirklich jede Kampagne. Und das stimmt mich glücklich. Ja, mich auch. Und ich hoffe, wir sehen uns spätestens bei irgendeinem anderen Zombieschnetzler wieder, wenn euch das hier Spaß gemacht hat. Denn irgendwann wird sicherlich Dead Island 2 kommen. Ja, wir lieben Zombieschnetzler. Ja, vor allem, wenn wir zusammenspielen können. Das macht einfach Spaß. Das macht richtig Spaß. Jo, und ansonsten, falls ihr Dead Island und Dead Island Riptide noch nicht gesehen habt, schaut doch gerne mal in die Kanal-Playlist. Da solltet ihr sowas finden. Und dann wünsche ich euch noch einen wundervollen Tag. Dann würde ich auch sagen, bis denne. Und ich hoffe, wir sehen uns wieder. Ciao. Tschüss.